UNTERTITELUNG Weißt du, was die Männer in dir sehen? Was ich in dir sehe? Er hätte nie geschafft, was du erreicht hast. Sobald du hier rauskommst, musst du wieder das Kommando übernehmen. Ich hab das Kommando. Nein, ich trau ihm nicht. Nach drei Jahren kommt er wieder raus und wir geben einfach alles an ihn ab. Ich bin wieder da. Du wolltest, dass ich mich um alles kümmere. Ja. Ich hab getan, worum du mich gebeten hast. Die Dinge haben sich geändert. Gar nichts wird sich hier draußen ändern. Nicht solange ich mitmische. Jetzt hör mir mal zu. Wir haben hart für unsere Ziele gearbeitet. Das geben wir nicht einfach auf. Zeig ihm einfach nur, dass du noch Präsident bist. Tu es so, dass die Männer es sehen. Ich bin der verfickte Press. Verstanden? Ohne mich seid ihr gar nichts. Du gehörst nicht zu der Sorte Mann, die vor irgendwas davonrennt. Leg ihn um. Nap. 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 P hob Fallout wurde das? Untertitelung des ZDF, 2020